Hi und herzlich willkommen zu den News der Woche. Heute mit folgenden Themen. Was noch mit E-Auto-Akkus möglich ist? Alfa Romeo bringt zwei neue E-Autos. Polestar 4 wird bald gezeigt. Neue Toyota E-Modelle. Der MG Sibster hat neue Bilder. BYD baut tanzendes Elektroauto und der Buick Elektra E4 als Erlkönig. Mein Name ist Eleonora, für die, die mich noch nicht kennen. Und hier auf dem Kanal InstaDriver findet ihr alles rund um das Thema Elektroauto. Abonniert daher gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde jetzt aber sagen, wir starten. Jeder Elektroautofahrer in Deutschland und jetzt auch in Österreich kann die THG-Quote oder die E-Prime beantragen. Wir machen das Non-Profit und 100% fair. Wir zeugen euch heute in dieser Sendung wieder wie gewohnt die Elektroauto-News der Woche. Und wir fangen gleich mal mit einem spannenden Akkuthema an. Denn viele stellen sich berechtigterweise die Frage, was denn da wirklich noch an Technologiesprüngen möglich ist. Laut Rechnungen seien demnach vor allem an der Sauberkeit der Herstellung Verbesserungen von noch 75% und mehr möglich. Schon heute ein Vorzeigeland aufgrund optimierter Herstellungsprozesse ist Schweden, wo pro Kilowattstunden nur 40 Kilogramm CO2 anfallen. In China sind es derzeit noch ca. 100 Kilogramm bei 40 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunden und dem 64 Kilowattstunden Akku eines Hyundai Kona Elektro fallen somit nur 2560 Kilogramm CO2 an. Das hätte man mit einem Verbrenner nach nur etwa 21.000 Kilometer erreicht. Es ist also bereits heute so, dass das Elektroauto so gut wie unmittelbar, nachdem es auf die Straße kommt, umweltfreundlicher und nachhaltiger ist als ein Verbrenner. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für alle, die jetzt richtig Lust auf ein Elektroauto bekommen haben, haben wir nun ein paar neue Modelle, die in Kürze den Markt erobern werden. Zwei davon kommen von Alfa Romeo. Der Hersteller will neben den Giulia Electro mit bis zu 1000 PS auch noch zwei E-SUVs auf den Markt bringen. Der Alfa Romeo Brennero soll ähnlich wie der Jeep Avenger daherkommen und wahrscheinlich auch über dieselbe Technik verfügen. Das zweite SUV wird wohl der Stelvio werden, wobei da nähere Daten noch nicht bekannt sind. Ja, und schauen wir weiter zu Polestar, denn da kommt nun sehr bald der Polestar 4. Das Modell wird am 18. April offiziell vorgestellt werden auf der Shanghai Motor Show und ein direkter Konkurrent zu Teslas Model Y sein. Lasst uns jetzt gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf keinen Fall, wenn wir euch den Polestar 4 nächste Woche hier im Detail zeigen können. Wir schauen bis dahin weiter und werfen einen Blick auf Toyota. Der japanische Hersteller hat schon mehrfach bekräftigt, mehr und mehr Elektroautos auf den Markt bringen zu wollen und tut dies nun erneut. Zehn neue E-Modelle sollen es bis 2026 werden, wobei vermutlich nicht alle davon auch in Europa angeboten werden. Insgesamt will der Hersteller dennoch 1,5 Millionen Elektroautos pro Jahr auf die Straße bringen. Schreibt uns gerne dazu, was ihr davon haltet. Und passend zur bald kommenden Wermachen-Jahreszeit wurden erste Bilder des MG Cyberstar geleakt. Der zweisitzige Roadster kommt ziemlich sportlich daher, nicht nur optisch, sondern auch technisch. Denn das Fahrzeug soll über Allradantrieb und somit zwei Motoren verfügen, wobei der vordere 150 Kilowatt Leistung hat und der hintere 250 Kilowatt. Maximal soll der Cyberstar 200 kmh schaffen, die Größe des Akkus ist hingegen noch nicht bekannt. Interessant ist hier jedenfalls, wie genau MG beim Cyberstar den Akku unterbringt, denn das Modell ist nur 1,33 Meter hoch, was noch sehr wenig ist und eine Platzierung unter den Sitzen eher wenig Raum lässt. Wo sind unsere Roadster- und Cypestack-Habio-Freunde? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr den Cyberstar findet. Jetzt noch zu einem sehr interessanten Thema von BYD und einem auf der Bühne springenden Elektroauto. BYD explantiert hier gerade in einigen neuen Märkten und könnte damit dieses Jahr erstmalig mehr rein elektrische Autos verkaufen als Tesla. BYD hat nun auch ein Premium-Elektroauto vorgestellt, das in zwei Sekunden von 0 auf 100 kmh sprinten soll und bei der Vorstellung sogar regelrecht auf die Bühne gesprungen ist. BYD zeigt damit ein sehr fortschrittliches System der Fahrwerksteuerung und will anderen Herstellern dabei mit technologischem Vorsprung Konkurrenz machen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit BYD weitergeht auf dem Elektroautomarkt und halten euch wie immer hier auf dem Laufenden. Und nun haben wir noch einen Erlkönig zum Abschluss der heutigen Sendung, dem Buick Elektra E4. Das Modell wird als Crossover auf den Markt kommen und hier größenmäßig am ehesten mit Modellen wie dem Kia EV6 vergleichbar sein. Das Fahrzeug soll 2024 auf den Markt kommen, Daten gibt es aber leider noch kaum, welche wie die Akkugröße oder auch die Reichweite. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um mehr über Elektroautos zu erfahren. Folgt uns auch auf Instagram und auf TikTok, da haben wir mehrmals die Woche coole kurze Videos für euch. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.